Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Ja, der MGMUSMIT ist heute wieder mit dabei. Hi! 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 Und er hat mir schon gesagt, er hat so schön verloren in der letzten Folge, das möchte er gerne nochmal wiederholen. Ne, heute gibt's Blutrache. Blutrache, uuhu. Ich nehm mal, ich glaub ich nehm einen, den ich noch nie genommen hab. Okay, ich muss gestehen, es mag sich vielleicht feige anhören, aber ich liebe den Jäger, ich will ihn gar nicht wechseln. Dann nimmst du halt nochmal den Jäger. Ja, und du wahrscheinlich auch. Du wirst es gleich sehen. Oh oh. Du wirst es gleich sehen, wen ich dir auftische. Oh oh. Oh oh. Uh, so ein Jungspund. Natürlich. This is amazing. Lass die Jagd beginnen. This is so amazing. Ähm. Uh, uh. Bin ich als erstes dran? Ja. Scheiße. Ah. Und du sagst, wenn ich eine von den Karten wegwähle, bekomme ich diesen Extrapunkt nicht? Ne, kriegst du doch, kriegst du doch. Da war ich falsch. Oh, komm ey. Ich leg ne 6 weg und krieg ne 7 dafür. Einwandfrei. Uh, yes. Mit den Karten können wir starten. Sehr schön. Ja, und ich kann gar nix. Oh. No. No. Oh. Ah, die Karte gefällt mir. Die Karte, die lasse ich mir eingehen. Tjo. Uh, uh, uh. Und dann nochmal dieselbe. Ist das geil. So, hier. Ich spotte dich erstmal. Oh. Uh, ist das geil. Oh, ist das geil. Freu dich nicht zu früh, mein Schatz. Freu dich nicht zu früh. Aber wenn du wüsstest, was für zwei Karten ich da in der Hand hab, dann würdest du dasselbe tun. Na, ich bin gespannt. Für das, dass ich ihn noch nie gespielt habe. Ich bin gespannt. So. Ich mach mal den hier. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So. Da freust du dich jetzt drüber? Natürlich. Okay. Und du freust dich da wirklich drüber? Du kommst ja sowieso wieder mit deiner scheiß Pfeilkarte. Denk ich's mir doch. Ja. Aber ich hab's machen müssen, sowieso nicht. Weil dann wäre dein Krokodil definitiv tot gewesen. Hm. Jetzt wird's interessant. Ja. Es wird. Oh. Oh. Ich kann grad nix anderes machen. Die Karte hebe ich mir auf. Die nehme ich jetzt nicht sofort. Und dann mach ich den hier. Und sag fertig. Mhm. Ja. Ich kann nix anderes. Ich hab kein Monster. Das ist ja nicht. Das ist alles kein Problem. Ja. Dann hau drauf, wenn's du meinst. Dann hau drauf. Ja, noch ein bisschen verstärken. Kennen wir doch. Kennen wir doch. Wenn du meine Karten sehen würdest. Ja, gut. Dann würdest du jetzt schon wissen, dass du wieder verlieren wirst. Boah, ich hör mich so überheblich an. Es tut mir leid. Oh, ja. Ist nicht schlimm. Oh, hast du dir Leben wieder hergestellt? Natürlich. Oh, das würde mir jetzt aber leid tun. Doch. Ich muss erst mal diese blöden Kürbisse da aus dem Weg räumen. Ich brauch da drei verschiedene, sonst funktioniert das nicht. Doch. Meine Glückskürbisse auspacken. Dann sag ich fertig. War's das? Ja. Mehr hast du nicht auf Lager? Nee, fürs Erste leider nicht. Okay. Ich hab fünf Punkte. Da kommt noch. Fünf Punkte. Okay. Dann nehmen wir erst mal die hier. Oh, ja. Putzig. Ja. Ein kleiner Eber wieder. Ja. Und dann entscheide ich mich zwischen Pest und Cholera, wie es so schön heißt. Ach, nehmen wir die. Weil wenn ich nämlich die nehme, kann ich auch noch das hier machen. Sehr schön. Ja. Viel Spaß. Was kann denn die Karte? Stell zwei Leben her, aber mehr nicht. Das war's dann, ne? Ähm. Ja. Da muss ich aber die hier opfern. Das hilft nicht. Weg damit. Ist mir auch Wurst. So. Fertisch. 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 Yeah. Heiß und fertig. Ach, komm, ey. Boing. 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 Entschuldigung. Haust du alle Dinger wieder kaputt? Ja, ja. Oh, mein. Putzig. Ja, hilft nicht. Hilf nicht. Da muss ich durch Eis durch. Lustige. Durch. Ich krieg einfach nix. Vielleicht liegt's dran, dass ich die Anfragen stelle. Ja, ja, ja. Das wird's sein. Ja, natürlich. Kann alles möglich sein. Nehmen wir die hier. Und dann. Ah. Willst du die fünf auch noch haben? Die fünf willst du auch noch, oder? Ja. Ja, natürlich. Immer her damit. Sehr schön. So, endlich. Aber was bringt mir die jetzt? Ohne Scheiß. Nix. Nix. Naja, guck, ein bisschen. Was bringt's schon? So, ich heil mich noch mal ein Stück. Das reicht mir nicht im Leben. Es reicht nicht. Lass mich schauen. Ich würde mal behaupten. Nee. Du gehst diese... Wieso? Ich geh unter. Ich geh einfach unter. Ich bin tot. Hättest du nicht noch eine Karte setzen können? Dö, weil ich keine mehr hab. Schade. Boah. Dann schau dir die Karten ruhig an. Nehmen wir die hier. Die, 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 die hier. Ja. Gut, ich bin definitiv weg. Da kann ich ja gleich Escape drücken und mich töten. So. Nehmen wir den hier. Es gibt es nicht. Ich krieg keine Karten gegen dich. Ohne Scheiß. Tschüss. Das war jetzt die erste Runde, oder? Ja. Ja, ja. Wenn du sagst, ich hab jetzt locker drei Runden keine vier setzen können, weil ich nur, keine Ahnung, ich hab zwei Level-7-Karten auf der Hand. Und eine Fünfer. Und ich wollte dir die ganze Zeit diese, diese Dreier-Schaden wieder machen. Ah, schon. Aber du hast einfach, du hast einfach keine Gegner gesetzt. Ja, wie denn auch? Wenn ich nur Siebener, Fünfer und alles so hoch krieg. Das Einzige, was ich mit wenig Kristallen oder mit wenig Mana gekriegt hab, war wirklich nur die zwei, zwei, fünf, äh, die, die hier fünf abgezogen haben. Und die anderen, die paar. Das ist ein totaler Mist gewesen heute. So, können Sie bitte? Ja, klar. Dann mach mal. Das heißt, wir spielen so lange, bis du irgendwann mal gegen mich gewinnst, oder wie? Äh, irgendwann ist gut gesagt. Ich hoffe auf jetzt. Ich hab ja noch nie mal annähernd alle Karten von dem Priester gesehen. Ach, du nimmst ihn wieder? Ja, natürlich. Ein bisschen reinkommen in den Jungen, weil... Oh, reinkommen in den Jungen, mein Schatz. Ja, ja. Achte auf deine Wortwahl. Ihr seid zuerst dran, okay. So, ich sag bestätigen. Ja, ich auch. Ich find die nämlich ganz putzig, aber als erstes muss ich erstmal da ein Steinchen reinlegen und einmal wegschießen, so. Warte, ein Steinchen? Also, ins Katapult, das mach ich auch mal so. Flup. Ich find's lustig. Schade, dass man das nicht sieht, wenn jemand anderer das macht. Nö, ist schade, ja. Aber dann müsstest du auch mal ab und zu das Spielbrett umgedreht sehen. Verstehst du? Stimmt, ja. Stimmt. Stimmt, ja. So, ich mach den hier. Oh, putzig. Den hier. Was kommt jetzt? Oh, mein. Mehr geht nicht. Oh, mein. Für die erste Runde, würde ich sagen. Katze, Katze, au, au. Au, Katze, au. Tun wir schon wieder jammern? Nein, Katze auch. So, fertig. Mhm. Fertig und haut mir nochmal mit dem Wolf eine rein. Ich bin ziemlich schnell. Der ist noch am hauen, da bin ich schon auf dem Fertig-Button. Okay. Ich muss das Tor wieder aufmachen, tatsächlich. Ist nett. So. Was macht die denn? Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Uh. Hat jemand den Arzt rufen? Hä? Achso, wenn Diener, scheiße, wenn Diener geheilt wird. Ja, du bist kein Diener. Du bist vielleicht mein Diener, aber das zählt in dem Spiel hier leider nicht. Ne, 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 dein Diener vom Fliegen. Blas mir den Schuh auf, würde ich mal sagen. Geladen und entsichert. Zack. Zack. Fertig. Aua, Katze. So. Ja, ja. Sieht doch sehr gut aus bisher. Ja. Also ich bin zufrieden. Und du? Ja, ich auch. Es geht. Oh, jetzt fährt dir die harten Geschütze auf. Natürlich, ganz hart. Jetzt machst du noch eine Spottkarte draus. Nö. Nö. Das wäre zu früh. Aha. Ja, du kommst jetzt sowieso wieder mit deinem 3-3-Bogen. Noch nicht. Noch nicht? Äh. Ach, der hier. Der muntere Geselle, den kenne ich doch. Best Buddies. So. So. Haust du mir beide Karten weg oder nicht? Mhm. Ah, verdammt. Ich hätte eigentlich deine Karte noch direkt angreifen können. Egal. Ja, du setzt einen Eber mit Ansturm und nutzt es nicht. Ja, das passiert mir öfter. So. Aber auch mit Fails muss man gewinnen können, mein Schatz. Natürlich. 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 Oh, jetzt wird's aber lustig. Ja, natürlich. Nee. Ich geh direkt auf dich. Ich sag fertig. Okay. Okay. Ah. Ah. Das ist interessant. Hm. Was wird dahinter stecken? Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Dann mach mal. Uh, verursacht zwei Schaden. Ja. War irgendwo klar? Hm. 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 Hä? Du greifst nicht mal meinen Spotter an? Nein. Wieso sollte ich? Vielleicht habe ich ja was vor. Ach, das ist mir eigentlich gerade herzlich egal. Das freut mich. Ja. Ich mach die hier. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und dann verteile ich noch zwei Schaden, weil ich's kann. Hm. Hm. So. Und. Hau dir. Ihn da weg. Und sag fertig. Super. Danke. Das ist sehr schön. So, bedank dich einfach mal. Ja. Wenn's dir Spaß macht. Naja, du. Das kommt mir sehr zugute. Ja. Ruf den Eber. Super. Ja, ne Dino? Du guckst dir drei Karten an. Wo kommt dir das zugute? Das siehst du dann schon, wenn's so weit ist. Den Diener mit Spott muss ich angreifen. Okay. Egal. Passt so. Perfekt. Einwandfrei. So will ich das haben. Okay. Wobei der letzte Zug eigentlich... Naja. Egal. Passt schon. Doch. Ich heil mal den. Ah, dann war's doch ganz gut. Dann hau ich die weg. So. Dann mach ich... Den da weg. Okay. Dann hau ich dich. Sehr schön. Und führ noch die hier aufs Feld. Perfekt. Und sag fertig. Okay. Okay. Das heißt ja okay. Kennst du diesen einen Spruch vom A-Team? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, dann mach mal. Wie auch wirst. Doch. Achso. So. Okay. Puh. Meine Spottkarte steht noch. Ja, ja. Ich weiß schon. Oh, ich sag's dir nicht. Ja, komm. Attackier mich ruhig. Soll ich's machen? Nee. Nee, ich warte noch. Ich schau erst mal, was du machst. Okay. Mhm. Gut, ich muss zugeben, dass es mich ein bisschen geärgert hat, dass die Karte die anderen beiden weggebombt hat und nicht die Spottkarte. Ja, ich glaub's dir. Ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Sag fertig. Okay. Hm. Jetzt hast du zu knabbern, ne? Nee. Dann kriegst du einen Stein in die Fresse. Zack. Ach, nö. Du, das macht mir im Moment noch nix aus. Drei und vier sind acht. Was, dass du einen Stein in die Fresse hast? Nee, nee. Das meine ich nicht. Nee, war mal wieder. Ah, okay. Wildtier 2-2 und wird Spott. Ja. Nett. Aua, Katze. Ah. Entschuldigung. Die Katze greift in mein Bein an. Die will mit mir Harfstone spielen. Ach so. So, ich bring dem unteren Gesellen mal. Ach, der ist knuffig. Jo. Mach die hier. Ist jemand verletzt? Mhm. Wird ja doch noch ein ganz interessantes Match. Jo. Ich sag mal fertig. Okay. Das ist schön. Natürlich wird's interessant. Weil ich habe... Wäre ja anders langweilig. Ich habe ja auch diesen munteren Gesellen hier. Ah, nett. Und ich habe dann auch noch hier diesen munteren Gesellen. Mhm. Was wiederum für mich bedeutet... Dass ich... Dass ich... Hm. Hm. Wenn ich das mache... Egal. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Okay. Ich riskiere es jetzt einfach. Da sind dir mal zwei Hops gegangen. Boah. Du räumst mir ein bisschen auf. Natürlich räumst du bei dir genauso auf. Ich weiß. Aber das gehört zu meinem Plan. Ach so. Ach so. Mhm. Ich bin gespannt, was du jetzt machst. Ja, super. Das bringt mir alles nix. Mhm. Ich führ den mal aufs Feld. Der Eiswind-Jethi, der ist ja knuffig. So. Heim ich selber. Und... Hau dich. So. Fertig. Bin ich gespannt. Jetzt geht es ja wirklich nur noch ums Glück bei uns beiden. Weil jeder keine Karten mehr in der Hand. Okay. Du verursachst es mir nochmal. Also nach meiner Rechnung hast du jetzt wieder weniger Lebenspunkte als ich. Ja. Hm. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr moderieren. Ich schmunzle nur noch die ganze Zeit vor mich hin. Ja, dann schmunzel mal. So. Oh. Es wird dir auch nicht viel bringen, wenn du dich nicht zu spott machst. Ja. Super. Wie soll ich die zu spott machen, Schatz? Mit einer Karte, die das kann. Ja. Hm. So. Dann muss ich dir eine weghauen. Äh. Ich muss zwei weghauen. Was auch nicht geht. Ja. Nee. Ich sag mal fertig. Wieso hast du mir nicht denn mit neuen Angriff weggekloppt? Weil es nicht gegangen wäre. Achso. Weil es nicht gereicht hätte. Ich lass dich langsam sterben. Ja, danke. Zugütig. Gern geschehen. Aber es war knapp. Ja? Es war knapp. Ja. Aber ich hab schon wieder gewonnen. Das sechste Mal in Folge. Du hast einfach so viel Glück mit den Karten. Ich krieg da mittendrin gar nichts mehr. Oder ich krieg von einem... Ja, Schatz. Nimm mal. Nimm mal einen anderen. Aber dann kannst du es nicht mehr. Er könnte es versuchen, ja. So. Ja, cool. Cool. Die Karte ist geil. Ich hoffe, die kommt jetzt... Ja, ja. Ich hoffe, die kommt jetzt dann ins Basis-Deck. Ich hab irgendwie bei Level Up keine Karte bekommen. Ähm... Man kriegt ja nur... Ach, nur bis Level 10 meine ich. Bei 2, 5... 1, 2, 5... Ja, bis Level 10 halt. Ja, irgendwie so komisch. Aber was ich schade finde, ist, dass man für diese Kämpfe kein Geld bekommt. Ja, hilft ja nicht. Aber so könnte man sich einen Zweit-Account zulegen und sich dann selber... Oder immer aufgibt. Ja, genau. Da könnte man sich pushen ohne Ende. So. Du hast zweimal wieder gewonnen in dieser Folge. Bist du glücklich? Ja. Ich bin also... Hast du wieder zum Beinbricht? Ich bin... Ich bin der Sieger von Best of Free von Best of Free. Ja, ja. Schon recht, schon recht. So. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, äh... Wir verabschieden uns. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.